Jo Leute, willkommen zurück zum Teil 3 hier von meinem Ritt durch Midgard, die erste Regeledition. Das ist Folge 4 hier. Ich habe heute wirklich heute Morgen, heute Vormittag gedacht, ja, das drehe ich ab in so einer Sitzung bzw. so in einem gewissen Zeitraum. Aber das ist dann doch ganz schön nervenaufreibend, wenn man so anderthalb Stunden durchredet und dann noch am Computer alles einrichten muss, hochladen und alles. Ja, ich weiß nicht, ob wir heute alle Folgen schaffen, also an dem Tag, an dem die ersten drei gekommen sind. Das hier ist die vierte Folge. Ja, heute geht es um Erfahrung. So, es kann sein, schlagen wir mal auf, dieses wunderbare Buch von 1981, nur für die bessere Lesbarkeit neu gesetzt, wunderbar. Kann sein, dass ein paar Folgen noch am Sonntag kommen. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte, würde ich sagen, ein bisschen über die Hälfte und ich habe schon drei Folgen gebraucht. Ich gehe davon aus, dass wir bei sechs Folgen rauskommen werden. Ich weiß, es ist ein riesen Block, aber ja, wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt gerade mit euch zum ersten Mal, mit dem ganzen Komplex Midgard 1. Erfahrungsgewinn. Also, bei Midgard 1 ging es schon los mit diesem Dreiklang. Achso, an dieser Stelle. Wir sind jetzt mitten in der ganzen Session. Falls ihr euch wirklich die ersten drei Videos angesehen habt und auch Bock habt auf das vierte Video, dann lasst mir doch an der Stelle bitte ein Abo da für meinen Kanal und für mein, ja, für mein Engagement für Midgard natürlich und für Pen & Paper Rollenspiele im Allgemeinen. Denn, das ist ganz wichtig, dann erfahrt ihr immer, wann ein neues Video rauskommt. Ja, Erfahrung. Ach, ihr merkt schon, ich bin schon, ich bin ein Stück runtergekommen jetzt, der Kaffee hat sich gesetzt, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Hm, ach, das zischt. So, Erfahrungspunkte, genau, da ging es los mit KEP, ZEP, AEP. Kampferfahrung, Zauber, Erfahrung und allgemeine Erfahrungspunkte. Okay, ähm, das ist ja auch bei Midgard 4 noch drin gewesen, bei Midgard 5 haben sie es rausgeschmissen. Hat, hat, wenn man es mal stramm nachrechnet, nur 30 Jahre gedauert. Aber wir haben es bei Midgard 4, also jedenfalls ich in meinen Runden, so, haben wir das nicht mehr so durchexerziert, das genau zu trennen. Habe ich in der letzten Folge erklärt, warum nicht. Okay, das haben wir hier, ähm, das hier sind jetzt, aha, aha, Erfolgsbonus, das Gegner, und das sind dann schon Rechenbeispiele, wie man die Kampferfahrungspunkte macht. Noch hier, ah, das sind weiterhin für den Spielleiter, wie man die Erfahrungspunkte verteilt. Ja, das passiert mich jetzt nicht so. Ist ja, ist auch wirklich, ehrlich gesagt, äh, kein, was ist das denn? Ja, das ist schon wieder interessant. Ähm, Erfahrungspunkte durchzaubern, Standard-Teilzauber, das muss man sich mal geben, ne? Alles, alles hat eine gewisse, äh, Ordnung, wie man da die Erfahrungspunkte verteilt, daran sieht man, dass das hier, also jetzt muss man mal gucken, Standard, äh, Heilzauber, Schadenszauber, Kampfkreaturen, Kampf- und Fähigkeitszauber, Rettungszauber, Kontrollzauber, Programmierte Zauber, Erscheinungen, Machtübersinnen, Todeshauch, heiliges, äh, heiliges Wort und so weiter. Was das für Erfahrungspunkte gibt, alles unterschiedlich geregelt, ähm, das wurde zum Beispiel auch natürlich, ähm, irgendwann in der Geschichte komplett über den Haufen geschmissen und in einer gewissen Formel dann wiedergegeben, viel vereinfachter, ähm, es gibt, also bei Midgard 4 noch, gibt's, oder bei Midgard 5 müsste es eigentlich auch noch geben, ich bin mir nicht sicher, ähm, da gibt's für, für alle normalen Zauber, was weiß ich, doppelte Erfahrungspunkte, oder, was weiß ich, ich erfinde jetzt irgendwas, weil ich schreibe die Zaubererfahrungspunkte nicht auf, aber, äh, das machen die Zauberer selbst bei mir, das ist mir, äh, da hab ich kein Interesse dran, das aufzuschreiben, ähm, also bei mir als Spielleiter, weil die, die das aufschreiben, das sind erfahrene Spielleiter, die wissen, wie das geht, und, äh, ich, äh, schreibe die, die nicht auf. Okay, ja, da gibt's dann drei Stufen, die aber ganz klar zu unterscheiden sind, Schadenszauber, Heilszauber und irgendwie alle anderen, so nach dem Motto, und das ist auch relativ einfach gelöst. So, was haben wir jetzt hier, Tabellen, welche Zauber zu was gehören, ist sehr kompliziert, okay, Erfahrungspunkte durch aktives Spiel, äh, Erfahrungspunkte durch Spielleiterentscheidung, okay. Ja, das halte ich für sehr wichtig, äh, dass man sagt, ja, wenn Spieler sich sehr, sehr einbringen, äh, motiviert sind, dass die dann auch extra Erfahrungspunkte kriegen. Das soll auch die anderen Spieler motivieren, dass man sagt, es macht Sinn, sich am Spiel zu beteiligen, es macht Sinn, aktiv zu sein, ja, es soll auch Sinn machen, ähm, ähm, äh, ja, wenn man einfach, äh, das Spiel ernst nimmt und kreativ ist. Ja, das sollte ich vielleicht in meiner Gruppe auch nochmal so ein bisschen intensivieren, ich schreibe mir für gute Idee auf jeden Fall immer Erfahrungspunkte auf, aber ich hab's bis jetzt noch nicht so kommuniziert. Werde ich mal vielleicht ab jetzt mal, ähm, machen, ne, dass ich das dann auch kommuniziere, damit die anderen Spieler, es gibt so, es gibt so zwei Spieler, die sich sehr zurückhalten mit Ideen, ähm, einer, ja, einer, einer ganz extrem, und vielleicht kann man die ein bisschen aus der Reservelog, so, das Erreichen der höhere Grade, jetzt, die Katzen haben gerade gefressen und jetzt meinen sie, sie müssten hier ein Affenthaltsanz vollziehen, ich habe ja extra gedacht, wenn sie gefressen haben, dann, ähm, machen sie erst mal ein Schläfchen, aber nein, ne, ihr Katzen, ja, wie viele die sehen könntet, Leute, okay, Erreichen höherer Erfahrungsgrade, Grad 1, Grad 2, gibt's bei 2000, das ist schon viel, ne, aber gut, ich weiß ja nicht, äh, wie viel, äh, jetzt, wie da die Gewichtung ist von Erfahrungspunkten her und so, ja, was das jetzt hier, und das ist auch, auch das Gleiche drin, wie heute noch, man kann Ausdauer erhöhen, man kann Basiseigenschaften unter Umständen erhöhen, ähm, Erwerb von Fähigkeiten, das ist alles, recht ähnlich, hier wurde es noch anders geregelt, hier gab's jetzt noch, sehen wir, bei der Waffenfertigkeiten, äh, jede hat so seine eigene Schwierigkeit, also da wurde jetzt nicht gesagt, leicht, mittel, schwer, sondern hier wurde gesagt, äh, 6, 5, also Punktwerte, alles Einzelne eingruppiert, ist natürlich komplizierter dann, und hier, ah, das hat eine Schwierigkeitsstufe, und dann was, was das kostet an Erfahrungspunkte, ja, das sind die Werte auch viel höher, ne, sind die viel höher, als, äh, das hat sich später dann mit der Zeit, äh, ein bisschen angeglichen, ich glaube, es wurde dann, die, die, also, äh, ich, 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 ich kann es jetzt nicht so hundertprozentig sagen, äh, im Verhältnis zu Midgard 4, ich habe das Gefühl, dass die Stufen zwischen den Stufen, äh, zwischen den Graden, dass die Stufen zwischen den Graden, äh, sich noch ein bisschen, ähm, dass er, dass es, äh, das ist weniger geworden ist, was man erreichen muss, so nach dem Motto, ja, also es ist halt effektiv ein Punkt, ne, den man dann erhöht, also das sind jetzt die Kosten in dem Fall, äh, die Kosten, nicht, also das hier sind ja die, die Gra, was sind sie im Nützchen, ach, hier, das hier, ich rede jetzt immer noch von den Graden, von den Gradanstiegen, äh, ich glaube, dass bei Midgard 4 ja auch, äh, bis über 20, wurde aufgelistet, und hier ist ja bei 15 schon Schluss, also, da wurde natürlich dran gefeilt, na, hier jetzt hier die ganzen Lerntabellen, das hat sich auch verändert, und es gibt Prozentchancen, ist das, äh, ob man da steht, kann man da scheitern, äh, wo ist denn denn die Putzen, da müsste ich jetzt lesen, aber könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, finden eines Lehrers, Prozentchancen, ach so, könnte das das sein, wie hoch die Chance ist, dass da einer ist, das finde ich ja witzig, das finde ich allerdings gut, ne, das könnte man auch mal, ähm, das könnte man auch mal, da muss man als Spielleiter da nicht so viel, äh, einberechnen, aber da muss man dann halt, also als Spielleiter muss ich mir nicht vorher Gedanken machen, was kann man lernen, was nicht, sondern man macht es mit Prozent Chance, und, ähm, ich fände es halt echt, auch mal, ich mag das eigentlich, dass man nicht immer alles sofort kriegt, oder sofort kann, ähm, oder dass einem alles so vor die Füße gelegt wird, mir gefällt es ganz gut, dann macht es halt auch einen Unterschied, ähm, wenn ich halt schlecht jemand finde, äh, für Geheimmechanismen öffnen, jo, das ist dann halt ein Thema, ja, und dann kann, dann bin ich auch nicht als Spielleiter dran schuld, sondern einfach, dann findet man halt keinen, man könnte ja auch sagen, okay, mit Gassenwissen, äh, kann ich dann die Chance nochmal erhöhen, um fünf Prozent, und war, was weiß ich, ne, also das gefällt mir eigentlich ganz gut, wurde wohl weggelassen mit der Zeit, aber ich finde es ganz gut, also aufsteigen hier, äh, deutlich komplexer natürlich als bei Midgard 5, also rein, rein optisch, ich kann es jetzt nicht einschätzen, ich müsste es mal machen, wahrscheinlich ist es alles das gleiche, so ähnlich, äh, vom Aufwand her, ist natürlich was ganz anderes, wenn ich meine ganz normalen, also jetzt bei Midgard 5, meine Erfahrungspunkte, äh, 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 habe, davon dann, äh, Lernpunkte oder Trainings, also Trainingseinheiten oder Lerneinheiten kaufe, und damit dann, äh, einkaufe, das ist schon ganz elegant, also finde ich schon ganz schön, ähm, ähm, bei Midgard 4, äh, hat mir jetzt auch sehr gut gefallen, das Lernen sogar noch ein Tick besser, weil man da noch ein bisschen ausdifferenzieren, besser ausdifferenzieren konnte, also für mich ist immer noch Midgard 4 so, das schönste System, weil es das komplexeste und, äh, tiefste ist, äh, äh, aber ich verstehe ganz klar, warum Midgard 5 gespielt wird, klemmende, verschlossene Türen, einschlagen von Türen, horchen an Türen, entdecken von Geheimtüren, ja, also hier ist natürlich jetzt, okay, der Dungeon ruft jetzt, natürlich fallen, Transmitter, was, herabfallende Blöcke, Fallgitter, das sind halt solche Sachen, das wird heute gar nicht mehr, also sowas wird im Regelwerk halt nicht mehr erklärt, das wird dann direkt im Abenteuer, wo es halt angebracht ist, irgendwie, ähm, geregelt, wenn überhaupt, vergiftete Dornen, Flüche, alles, okay, Preislisten, jetzt bin ich mal gespannt, weil die, die, ähm, ein Goldstück, zehn Silberstücke, und zehn Silberstücke sind 100 Kupferstücke, aber als ein Goldstück 50 Gramm wiegt, das ist gar nicht so, so unrealistisch, naja, also ich habe mich jetzt letztens mal beschäftigt, mit Preislisten, übrigens, ganz tolles Foto, oder ganz tolles Bild, es ist ein Foto, es ist ein reines Foto, ja, direkt aufgenommen in der Zeit, ganz toll, ja, ich bin ja auch Fan von diesen ganzen Malmsturm-Sachen und so, da gehören das natürlich auch mit in eine Reihe, ähm, ja, also so ein Goldstück, also es wurde in der Regel mit Silber alles bezahlt, es gab auch unter Umständen Kupferstücke, das war aber eher selten, man hat dann eher Pfennige halbiert und so weiter, äh, also Silberpfennige, ähm, wenn man einen halben gebraucht hat, also man hat das eher so als, äh, als Gewichtseinheit benutzt, ich trinke mal einen Schluck, und, ähm, ja, selten eher, ganz selten eher Kupfer, so im Mittelalter jetzt, ähm, und, in der Regel war ein Goldstück, ein Vielfaches von einem großen Silberstück wert, und auch im Gewicht her, also so große Goldstücke, so eine Ducate und so hatte dann, das war eher wie so ein kleiner Barren, so 200 Gramm oder so, also ist das hier mit 50 Gramm, dass das also so schwer ist, ist das schon mal ganz okay, aber das ist natürlich alles, alles nicht realistisch, aber ist ja egal, nur, wenn man sieht, was man heute an Goldstücken braucht, ähm, das ist sau schwer, wenn man sich das anguckt, ne, 20 Goldstücke wiegen ein Kilo, ich habe heute mehrere hundert Goldstücke dabei, teilweise, ne, die ich dann umtauschen muss, aber, ja, das muss man schon ein bisschen aufpassen, so was ist mit den Preisen, äh, Gewicht GS, ach ja, das ist ja, das ist eine doppelte Nennung, Preis, Goldstücke und Gewicht, äh, da gab es auch GS-Disablet, 1,5 Meter, 80 Goldstücke, ich glaube, der ist auch teurer geworden, äh, es kostet ein Dolch, 4 Goldstücke, kostet jetzt 5, ah, der ist teurer geworden, ja, also, das, das Preissystem und das Goldsystem bei Midgard, hat sich verändert, ähm, es ist nicht gut, mir gefällt es überhaupt nicht, es funktioniert natürlich auch innerhalb der Spiellogik, funktioniert es gerade, dass man auch so viel Gold für eine neue Fertigkeit ausgeben muss, ähm, und dann andere Dinge nicht mehr lernen kann, und sonstige Sachen, das ist, das gefällt mir bei Midgard 5 im Moment gar nicht so, es ist halt so, ähm, ich habe das Gefühl, es wurde viel zusammengestrichen, oder einiges zusammengestrichen und reduziert, dadurch haben wir weniger Fertigkeiten, die aber mehr Spieler schon von Anfang an bekommen, beziehungsweise mit höheren Werten, so ist das mein, mein Feeling im Moment bei Midgard 5, dadurch wurde gesagt, okay, damit das nicht zu schnell geht, dass jeder Spieler alles kann, äh, machen wir jetzt das Lernen von neuen Fertigkeiten sehr teuer, und dann ist es auch egal, welche Fertigkeit das ist, die kosten alle sehr viel, ich glaube, zweieinhalb Goldstücke kostet das, und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, äh, wenn ich zum Beispiel, ich bin ein Spieler, ich spiele es sehr, sehr gerne mit sehr vielen Fertigkeiten, ich kann das gar nicht mehr, so, also, da muss ich schon richtig drauf sparen, ja, schwierig, also das Gold, das, äh, das Aufhören, oder das Lernen mit Gold, das ist eine schöne Sache, finde ich auch in Ordnung, aber, da müsste man mal gucken, wie man das am besten hinkriegt, vielleicht auch viel weniger Gold, eher auf Silber gehen, also das, das, das Midgard Geld System mit dem Lernen, das finde ich nicht so, prall, ne, vor allem, man bekommt so viel Gold, und die Lebenserhaltung hier mit Silberstücken und so, ähm, ja, das hat, spielt irgendwann alles keine Rolle mehr, ja, also, ich, für meine Verhältnisse funktioniert es nicht so gut, ähm, aber die meisten spielen halt nicht damit, ja, generell nicht, also, keine Ahnung, also, ich, ich glaube auch nicht, dass bei anderen Rollenspielen jetzt so extrem genau mit dem Geld gespielt wird, ja, also, wir haben es, ja, ein bisschen, man macht es ein bisschen so nebenbei, aber es ist halt trotzdem, man kauft auch immer wieder das gleiche Zeug, ne, ist ja klar, ne, ich kaufe natürlich, äh, irgendwann habe ich immer ein Seil dabei, irgendwann habe ich immer Fackeln und eine Laterne dabei, ne, irgendwann habe ich auch, äh, eine Lederhülle für Schriften und sowas dabei, also, man kauft ein bisschen was, das ist auch nicht wichtig, das ist nicht wichtig, wichtig ist nur, dass es alles schon dabei war 1981, ja, und es funktioniert ja auch, ja, es funktioniert ja auch bis heute, es funktioniert auch heute, ja, nur, äh, mir gefällt der Ansatz nicht so, das ist ein Unterschied, so, Kapitel 9, Spruchrollen, ja, bei Midgard, das war auch schon da, dass man von Spruchrollen lernen kann, oder wurde es, oder war das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, ne, oder man kann, also, man kann bei Midgard ja billiger lernen über Spruchrollen, finde ich halt krass, dass es dabei ist, von Anfang an schon, ja, und, dass man auch Verfassen von Spruchrollen machen kann, also, das ist auch ein Thema, so, das hier, war, jetzt, der komplette Teil 1, ähm, Leute, wir machen jetzt was, ich mache jetzt hier ein, Lesezeichen rein, das Video endet jetzt noch nicht, aber, wir gehen dann frisch in den Teil 2, ich möchte das gerne separieren, was, ähm, Teil 1 und was im Teil 2, äh, stattfindet, und das kann ich jetzt gut, da habe ich jetzt noch, noch, äh, genug Zeit, jetzt können wir mal so überlegen, äh, was jetzt hier in diesen ersten 224 Seiten, also 110 Seiten, in der DIN A4, so alles drin war, und, ich verstehe jetzt auch, ähm, warum, ja, so viele Leute, ähm, überhaupt angefangen haben, Midgard zu spielen, ne, es gab ja, es wurde ja so, äh, berichtet, es gibt halt diesen, äh, diesen, äh, diesen Verein, ne, diesen, diesen fantastische, Weltenverein, dieser Follow, und die haben halt das gespielt, und so weiter, und haben dann gesagt, weißt du was, wir haben 100 Mitglieder, wir, wir drucken jetzt für jeden so ein Regelheft, ja, mit diesen 120 Seiten, für ein paar Euro, drucken auch nochmal 50 mehr, also es war ja so die, also die, die Sage und die Legende ist ja so, 150 Hefte wurden gedruckt, die erste Auflage, und, äh, es sollten halt ein paar mehr Hefte sein, die kann man dann an Freunde und Verwandte, und so weiter kaufen, und den dann geben, äh, damit die dann auch mitspielen können, was auch immer, so, das hat ja dann auch nicht geklappt, wurde ja reißend abgenommen, und man, man hat jetzt in diesen vier Folgen, die wir jetzt hinter uns haben, gesehen, warum, wir haben, wir haben hier vier verschiedene Klassen, okay, je nachdem wie man sie ausrüstet, kann man sie in Richtung Waldläufer spielen, oder in Richtung Erkunder, oder in Richtung Krieger, oder in Richtung Ritter, weil wir halt Fertigkeiten haben, das heißt, wir sind nicht auf unsere, auf unsere Charakterfertigkeiten angewiesen, also das heißt, ein Krieger hat nicht von vornherein, immer bessere Trefferchance, und höheren Schaden, und mehr auch nicht, und kann alle Rüstung anziehen, sondern, er kann viele Sachen, auch viele Fertigkeiten, sehr günstig lernen, die in Richtung körperlich und Krieger gehen, aber der kann auch eine Wissensfertigkeit lernen, und dadurch haben wir eine hohe Variabilität innerhalb dieses Systems, Katze jetzt nicht, ja, ich habe da so eine Pappe liegen, damit sie da kratzen, sie ganz gern mal, bin ich froh, da gehen sie nicht an die Möbel, muss man sagen, es sieht nicht so schön aus mit der Pappe, aber wenn man Katzenbesitzer ist, dann freut man sich, wenn sie nicht an die Möbel gehen, also das heißt, wir haben hier vier Spielfiguren, also Typen, wir haben also den Krieger, den Glücksritter, ne, den Abenteurer, den Priester und den Magier, und man kann die natürlich aufgrund der Fähigkeiten in ganz, ganz viele Richtungen entwickeln, und kann sich dann quasi sagen, okay, ein Magier, Bewegungsmagier, oder ein Heilpriester, oder was auch immer, also man kann es auch ein bisschen klassifizieren, dementsprechend hat man eigentlich schon eine ganz gute Auswahl, wir haben das Kampfsystem drin, wahrscheinlich von dem Tabletop, so ein bisschen übernommen, wir haben Waffen, wir haben Rüstung, wir haben Heilung, wir haben ganz viele andere Schadensarten, auch noch Gift und so weiter, also es ist schon, für das erste, das muss man sich mal vorstellen, das ist zu einer Zeit entstanden, wo es ja sonst noch nichts gab, da war das schon sehr ausgefeilt, es gibt Meucheln, ja, dann habe ich auch keinen Dieb in dem Sinn, aber ich kann sagen, das ist ja das, ne, wenn ich jetzt Lamentation of the Flame Princess spiele, zum Beispiel, da weiß ich, okay, der Spezialist, der kann zum Beispiel, ähm, in Sneak Attack viel reinstecken, also dieses Meucheln, oder der kann in Schlösser öffnen, viel reinstecken und so weiter, aber ich kann ja bei Midgard dann sagen, okay, ich spiele jetzt als Abenteurer, in Richtung Dieb, also Taschendieb, Schlösser, oder Richtung Assassine, das wurde nur damals noch nicht so genannt, aber man kann die Ausrichtung machen, also sehr körperlich, ja, sehr kämpferisch, körperlich, und dann aber auch, also es ist ja mit Geschicklichkeit und so, ne, von hinten, so, ich meuchel jetzt und so, also, fantastisch, ne, gefällt mir wirklich sehr gut, ähm, und das ist für mich, äh, gerade jetzt, wo Oldschool sowieso, ähm, ja, in meiner Wahrnehmung, ähm, immer mal wieder häufiger aufs Tableau kommt, ähm, ist das doch Wahnsinn, das ist Wahnsinn, das ist doch super umfangreich, also was hier alles drin ist, ja, ist nicht vielleicht alles so elegant gelöst, wie jetzt später, ähm, äh, aber, äh, das ist doch sehr übersichtlich auch, also, wunderbar, ne, ich meine, ich meine, wir reden hier von dem ersten deutschen Rollenspiel, und es hat 1981 schon 20 Fertigkeiten, äh, die alle unterschiedlich geregelt sind, äh, die auch jeder lernt, werden kann weitestgehend, ähm, für manche ist es halt teurer, und für manche ist es billiger, was auch immer, aber es ist möglich, ja, ein sehr hohen, wir haben aber auch, ein sehr hohen, äh, Zufallsfaktor drin, weil es sehr, sehr viele Sachen gewürfelt werden, zum Beispiel die Zahl der Fertigkeiten, so ist auch nicht jede Figur gleich, ähm, und wie, und was halt auffällt, dieses System hier, funktioniert natürlich komplett unabhängig von der Spielwelt, weil das hat überhaupt keine Verortung in die Spielwelt, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das heute so ist, ähm, bei DSA gab es ja dann relativ schnell einen Unterschied, ob ich, ähm, wo ich herkomme, ähm, ob ich jetzt ein Tollamide bin, oder ob ich ein, ähm, Wehlinger hätte ich ja schon fast gesagt, ein Torwaller bin, oder so, das hat dann Unterschiede, und, ähm, ob ich dann ein Torwaller von der Küste, oder vom, vom Inland bin, das macht nochmal einen Unterschied, was ich gelernt habe, und solche Sachen, und so, so kann, so fühlt sich jede Figur, halt landesspezifisch, ein bisschen anders an, das haben wir bei Midgard jetzt schon an der ersten Edition nicht, weil, äh, es gab halt die Welt Magiera, äh, in der gespielt wurde, und die wurde, die war ja auch erst im Entstehen, man hat natürlich irgendwelche Abenteuer gespielt, und hat dann dort auch, ähm, dann gesagt, ja, dafür brauchen wir einfach nur Abenteurer, das ist jetzt erstmal egal, wo die herkommen, und so, äh, das war ja auch bei den ersten DSA Edition, die ich jetzt zum Beispiel kenne, nicht so, dass man das unterschieden hätte, na, da wurde ja auch, zwischen, Zwerg war ja auch eine Charakterklasse, und kein, ähm, keine, kein Volk, na, das gibt's halt hier nicht, äh, was ich sehr gut finde, auch ein tolles Bild hier, mit diesen Hörnerhelmen und so, das ist halt totaler Schwachsinn, aber es ist Fantasy Schwachsinn, gefällt mir, das ist, macht halt gar keinen Sinn, so, ähm, wenn man es mit der Realität abgleicht, nee, ansonsten, bis jetzt, Teil 1, grandios, das Format gefällt mir gut, über, äh, 380 Seiten, ja, die sind überall, die, die Rehaare, ja, das passt, hast du auch gut, das Fell muss ich mal austauschen, das Hart hier, schlimmer als die Katzen, wunderbar, also das ist für mich, jetzt noch, Ende 2021, ein Knaller, also die Ankündigung, dass Midgard VI jetzt, äh, bei Pegasus erscheinen soll, und so weiter, das war schon, ein kleiner Hammer, aber das hier, die erste, das erste deutsche Rollenspiel, in so einer tollen Auflage hier, das ist, ähm, das ist so zeitlos, ja, dieses Ding, ist zeitlos, ja, da kann man sagen, okay, das kann man auch, in 20, in 50 Jahren noch nehmen, und spielen, weil es, auch vor 40 Jahren, schon Leute genommen haben, umgespielt haben, heute kann man es auch noch nehmen, und spielen, weil es halt, ausgeklügelt ist, ja, also fantastisch, fantastisch, okay, das war das Heft 1, ich werde wahrscheinlich, jetzt meine Videos, nochmal umbenennen, auf YouTube, ähm, und auch vielleicht das Thumbnail, nochmal ändern, weil, weil ich das so ein bisschen, so, ich möchte es gerne, äh, separieren, dass das jetzt, äh, der Teil 1 ist, von 1981, und jetzt ist, passiert hier dann, in dem nächsten Video, folgendes, die 150 Hefte, wurden gedruckt, die, äh, waren relativ schnell weg, gab glaube ich, drei Auflagen, sogar irgendwann, oder so, und die Spieler, haben gespielt, also nicht nur im Follow, sondern auch woanders, ne, es wurde dann auch, außerhalb vom Follow gespielt, und es gab sehr viel Feedback, und ihr habt ja gesehen, in einer der Folgen, da war sogar hier, wenn ihr Regelfragen habt, hier ist die Adresse, das hat ja der Gary Gygax, mit den Dungeons & Dragons, auch damals gemacht, muss man sich mal vorstellen, wie klein das damals noch war, und, ähm, ja, dann kam Feedback, dann kamen Wünsche, dann kamen Erfahrungsberichte, und dann wurde dann 83 gesagt, also man muss sich das vorstellen, natürlich wurde es 81 gedruckt, 83 kam das zweite Heft, das heißt, ähm, dass sie natürlich dann, ein Jahr vorher, äh, sagen wir mal 82, dann schon, das alles gesammelt haben, und gesagt haben, okay, jetzt fangen wir an, das noch hinzuzufügen, also der Jürgen Franke, und, äh, das alles, ähm, auch nochmal zu testen, und zu überdenken, und in ein Buch zu fassen. Und das ist dann das Buch, das Heft 2, ähm, soll ich doch mal gucken, hier, 226, 326, also ein bisschen, ein bisschen schmaler, aber da geht es nochmal richtig rund, ich weiß nicht, was auf uns zukommen wird, ähm, ach, dieses Bild, ja, wunderbar, wunderbar, hier sind sie, jetzt wahrscheinlich alle drauf, ne, der Krieger, äh, der Abenteurer mit dem Spieß, und der Zauberer, der Priester fehlt, ich würde sagen, dass das ein Zauberer ist, und kein Priester, aber der Priester, der kommt ja danach, ne, wenn die alle am Boden liegen, dann kommt der Priester und Retterzahler, also, okay, also, wie gesagt, ich schließe jetzt hier quasi Teil 1 ab, mit dem vierten Teil, und, ich würde sagen, morgen, äh, am Sonntag, für alle, die das irgendwann später gucken, ist das zeitlich eh egal, da, kommen dann die Folgen, hier vom Teil 2, wo wir uns den in Ruhe angucken, das finde ich eigentlich eine schöne Sache, ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, gerne, äh, Kommentare, Likes, ähm, und so weiter, teilen, liken, abonnieren, und so, wie gesagt, ich bin auf euer Feedback angewiesen, äh, ihr braucht aber auch nicht schreiben, äh, das ist ja kein Review, in dem Sinn, ich weiß, ich war ja auch nie als Review gedacht, das ist wirklich so ein, ich hatte es heute im Briefkasten, und wir gucken zusammen rein, und, schwelgen ein bisschen in dem, was wir da finden, also für mich ist das ganz toll, und, ähm, das ist auch ein Buch, äh, das werde ich irgendwann, in meinem Testament, wahrscheinlich, ähm, regeln, ja, dass das nicht verkauft werden darf, ja, und, äh, wenn das jemand verkauft, dann wird das komplette Vermögen, äh, sofort, äh, an eine Katzenorganisation, der, gespendet, also das darf nicht verkauft werden, das muss für immer im Familienbesitz bleiben, und, äh, ja, wunderbar, danke, fürs Zuschauen, bis dahin, danke, an die Frankes, dass sie das noch rausgebracht haben, zu 40 Jahre Midgard, hätte ich nie mit gerechnet, ich habe es natürlich in der Ankündigung gesehen, aber das dann hier zu haben, Wahnsinn, und ich kann nur sagen, äh, Midgard, wie immer, in Deutschland gedruckt, Grüße gehen raus, an Westermann-Drucken-Zwickau, ja, schön, wunderbar, also, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wir sehen uns im nächsten Video wieder, macht's gut Leute, und ciao.